Herzlich Willkommen bei Voglauer im Tennengau. Voglauer Möbel beschäftigt sich mit der Herstellung von Massivholzmöbeln und Hotelausstattung. Wir beschäftigen am Standort ca. 430 Mitarbeiter und haben eine Exportquote von 80 Prozent, wobei Deutschland sicher unser Hauptmarkt ist. Wir konnten heuer unser 90-jähriges Firmenjubiläum feiern und das auch nur, weil uns unsere Mitarbeiter hier langjährig begleitet und unterstützt haben, ohne die das sicher nicht möglich gewesen wäre. Wir befinden uns hier im ersten Stock unseres 2019 sanierten Heizhauses. Wir haben hier eine Gesamtleistung von 10,7 Megawatt Heizleistung früher gehabt. Diese drei Kessel, was früher geworden sind, getauscht worden bzw. entsorgt worden. Jetzt neu sind es nur in Summe die hinter mir befindlichen 3,3 Megawatt vom neuen Heizkessel und im Hintergrund 2,5 Megawatt des alten Kessels, Holzkessels, ist Reserveleistung. Das ist eine deutliche Reduzierung, was uns eine Einsparung gebracht hat von 1.700.000 Kilowattstunden Biomasse und 250.000 Kilowattstunden Strom. Dabei hat uns tatkräftig unterstützt das Umwelt Service Salzburg, das uns da bei der Beratung geholfen hat, weil wir hier zu einer Lösung in eine Einblasfeuerung gegangen sind, um hier frequenzgeregelt den idealen Leistungsbedarf für unser Unternehmen zu finden. Diese große Reduktion der Kesselleistung ist uns gelungen in Änderung der Filteranlagen, ebenso durch Wärmerückgewinnungssysteme, welche die Abluft wieder nutzen und wieder in die Halle zurückbringen. Ebenso in energetische Maßnahmen hinsichtlich Fenstertausch, Fassaden, Dachsanierung und ähnliche Maßnahmen. In Summe sparen uns diese Maßnahmen 2,9 Gigawattstunden Heizenergie pro Jahr. Sämtliche energetische Einsparungen, die wir jetzt gesehen haben, bringen uns circa 300.000 Kilowattstunde Einsparungen inklusive der Kompressoranlagen. Darüber hinaus können wir seit über 30 Jahren berichten, dass wir ein Wasserkraftwerk am Schwarzenbach betreiben, wo wir circa 2,3 Megawattstunden Jahresleistung produzieren. Darüber hinaus haben wir eine PV-Anlage installiert, heuer, die uns circa 800.000 Kilowattstunden im Jahr produziert, womit wir in Summe circa gute 50 Prozent des Eigenbedarfes abdecken können. Ja, es war für uns auf jeden Fall die richtige Entscheidung, in die Energiesparmaßnahmen zu investieren. Wir sind jetzt in der dritten Generation und machen uns fit für die nächste Generation. Das Umweltservice Salzburg hat uns hier sehr wesentlich mit seinen Beratern unterstützt, um unsere Ziele zu erreichen.